Die EU-Außenminister beraten heute in Brüssel über die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Es geht unter anderem um die Frage, wie die Europäische Union dazu beitragen kann, die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Unterdessen hat die Terrororganisation Hamas nach Angaben Israels die Kontrolle über den Norden des Gazastreifens verloren. Israels Premier Benjamin Netanyahu hat vorsichtig Hoffnung auf eine mögliche Freilassung weiterer Geiseln gemacht. Peter Niemann. In diesem Video ist ein israelischer Soldat zu sehen, der durch eine Schule im Gazastreifen führt. Eine Schule, erbaut mit Geldern Deutschlands und der EU. Beim Gang durch die Schule zeigt er eine Kalaschnikow-Maschinenpistole, die die Soldaten nach seinen Angaben in diesem Klassenraum gefunden haben. Draußen, gleich neben dem Schulgelände, führte die Kamera zu einem Eingang in das Tunnelsystem der Hamas. Hier ist zu sehen, wie eng die Tunnel der Terroristen mit zivilen Gebäuden wie Schulen oder Krankenhäusern verknüpft sind. Israels Präsident spricht sogar vom Kinderzimmer einer Wohnung, das die Hamas als Einsatzzentrale benutzt habe. In der Wohnung sei auch ein Sprengstofflabor gewesen. Und er hält ein Buch hoch, das man dort bei einem Hamas-Mann fand. Mein Kampf auf Arabisch. Er hat Stellen markiert, sich Notizen gemacht. Er hat von Adolf Hitler gelernt, von seiner Ideologie, Juden zu hassen und Juden zu töten, Juden zu verbrennen und abzuschlachten. Nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die Hamas die Kontrolle über Nordgaza verloren. Sie habe dort keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken. Netanyahu deutet jetzt auch ein Abkommen an über eine Freilassung von Geiseln. Darüber hatte es schon Berichte gegeben. Gaza sollte demnach eine längere Waffenruhe sowie Treibstoff bekommen und Israel würde Gefangene palästinensische Frauen und Jugendliche freilassen. Allerdings gab es nach Hamas-Angaben einen schweren Angriff auf das größte Krankenhaus in Gaza, das Schifa-Hospital. Wegen dieses Angriffs will die Terrororganisation jetzt offenbar die Gespräche über die Geiseln abbrechen. Damit wächst die Sorge um die Gefangenen weiter. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.